hallo youtube herzlich willkommen zu einer neuen folge mafia 3 schön dass ihr wieder eingeschaltet habt schön dass ihr dabei seid euer transek hier am mic ganz lieben dank auch noch mal für euren coolen support auf das projekt ganz lieben dank dafür vorab für die daumen und die netten comments heute geht es weiter hier erledige jackson wir müssen noch mal zurück in die prostitutionsgeschichte hier ja da müssen wir sehen dass wir da ein bisschen gut vorgehen die sind ganz schön akku die jungs so den haben wir so dann holen wir uns erst mal unser geld gleich zurück hier rein in die gute stube laden jetzt holen wir uns mal jackson auf geht's jungs ja momentan sich hier niemanden ok hier mal eben einmal durch da kommt jemand na kommt der von der anderen seite wie gefällt dir das du scheißkerl wo kommt schon wo kommt der wo kommt die rette so so den haben wir wow 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 ja komm her baby vor mir kannst du dich nicht verstecken kleiner wo ist die ratte jetzt geht's dir ans leder freundchen so nächster stellt euch schön an hier die wir sind da denn das gibt es ja gar nicht kann ich wo ist die ratte so erstmal adrenalin rein suche und du wirst finden da ist heute oben jetzt habe ich ihn gesehen das ist mein trick so den haben wir wollen wir ihn etwa zuerst schießen lassen da oben ist auch einer wo ist die ratte komm her komm raus da oh der ist aber schnell verletzt hier besonders viel kann der nicht ab jetzt haben wir es den haben wir erledigt alle mann in deckung so ich müsste hier eigentlich mal im rum so schauen wir uns hier mal um da haben wir eine notiz wie viele sind hier denn noch das gibt es ja gar nicht ich sag das nicht seiner mutter was sagt der der ist ja geil da ist er ich gebe die suche nicht auf bürger so komm her den haben wir so weiter geht's aber hier rüber hier kann man hoch oh ja hier haben wir waffenschrank mal alles her ja so schlusslich ihre weste versuchen wir es mal hier da kommt er da kommt er der ist ja eben grad die treppe rauf gekommen hier da kommt er er ist es muss schutz suchen ich hab die der seite wo 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 haben wir so so den haben wir auch erledigt genau vorbeigekommen das wird das ist so unübersichtlich hier da da ist jemand da habe ich keine munition mehr okay okay so sieht es aus so hier kommen wir noch rein ob es hier noch irgendwo geld gibt was wir mitnehmen können okay mal nach unten wo ist die ratte wir finden dich schwanzlutscher dann muss eigentlich wo ist der tüb das gibt es ja gar nicht wo hat die ratte sich versteckt hier der muss jedoch unmittelbar in der nähe sein wir finden dich schwanzlutscher darauf kannst du gift nehmen da der kleine ist hinüber jetzt geht der spaß so richtig los so den haben wir wo wo so wie viel sind da denn noch das gibt es ja gar nicht hier ist eine ganze armee hier ist ein nest irgendwo bleib hinter mir leute eben war noch hier er ist nicht hier oh richtig weggeflext den vogel so jetzt sollte ich vielleicht langsam mal hier den merl jackson finden hier sind ja die kommen wir hier auch noch mal rein da ist noch eine notiz nix okay da hinten ist noch adrenalin das ziehen wir uns gleich auch noch rein das haben wir hier hier ist nix okay nächste botze ach 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 das war zu früh ja ja ist ja gut so geht es auch okay da ist nix da ist auch nix okay da sind weg da sind leute geschäftsbosse mhm okay wo ist dieser so sie wenn wir da haben jetzt wird lustig doch hier sind wir da ruhen so und was willst du machen nigger das heftig so den prostitutionsring haben wir uns hier gesichert das hat erstmal ordentlich äh cassandra zuweisen jawohl das machen wir diese redneck penner sind raus aus perlers laden sagt einen leuten sie sollen ihn sichern gut ich schicke ein paar leute rüber zu dem laden wenn du die dixi schweine aus der kirche verjagst dann muss Ritchi reagieren jawohl so das haben wir erledigt die butze ist erstmal in unseren händen beziehungsweise wir weisen das ganze cassandra zu hier wir übernehmen das barrio so so benutze die screaming semi um eine gruppe gegner zu ihrer prostitution position zu locken prostitution sage ich schon die ersten paar gehen aufs haus mhm erhältst du sofort beim waffenhändler screaming semi werfen zum zielen drücken und zum werfen loslassen mhm im waffenmenü kannst du den gegenstand auswählen den du werfen willst so störe auftrag heroin freigeschaltet so das ganze läuft hier seinen gang wir müssen jetzt zu donovan mein lieben wir machen hier einen cut die butze ist unter kontrolle hier wird jetzt richtig gut geld verdient bis zum nächsten mal ihr lieben ganz lieben dank fürs einschalten wenn euch das ganze gefallen hat dann lasst doch bitte ein like da wir sehen uns beim nächsten spiel beim nächsten mafia teil oder bei nächsten video wie auch immer möchtet haut rein haut bis zum nächsten mal und tschau